Ihr solltet unbedingt zum nächsten Jack-Saxon-Idee kommen, wenn ihr Lust auf praxisnahe, interessante Themen habt, wenn ihr euch austauschen wollt, wenn ihr netzwerken wollt und wenn ihr IT-Unternehmen in der Region hier kennenlernen wollt als Arbeitgeber. Als Entwickler muss man einfach ständig am Ball bleiben und Wissensaustausch und Vernetzung sind meiner Meinung nach essenziell dafür und was wir hier haben ist die regionale Community und genau die Leute, die genau das mitbringen, nämlich den Wissensaustausch und die Vernetzung und die Erfahrung aus den Projekten. Ich glaube, ich werde tatsächlich wiederkommen und zwar nicht alleine, sondern mit Leuten aus meiner Forschungsgruppe, weil ich das Gefühl habe, dass jeder, der Software entwickelt, davon profitieren kann, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Wenn man Vorträge von namhaften Speakern hören möchte, ohne dabei nach Mainz, Köln oder München fahren zu müssen und so dann Wissen zu mehren und auf der anderen Seite, um in Kontakt zu treten mit Firmen hier aus Sachsen und zu gucken, wie setzen die Java ein und was für tolle Produkte bauen die mit Java. Und das Schöne ist, dass das Ticket hier eben nicht 1000 Euro kostet, sondern man sich das auch privat ganz gut leisten kann und dadurch kommt hier eben wirklich die Gruppe von Menschen zusammen, die eben die Technologien von morgen gestalten. Also ich persönlich will nächstes Jahr auf alle Fälle wiederkommen und ich würde jedem anderen raten, der in dieser Richtung arbeitet, also Softwareentwicklung und Projektmanagement, auch wiederzukommen, weil das eine schöne Art ist, sich auf dem Laufenden zu halten, in Austausch zu treten. Ich finde, York Saxony ist eine ganz wichtige Community hier auch in der Region für den Wissensaustausch, als Plattform Neues zu lernen, neue Themen anzubieten und den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Sachsen zu stärken. Die York Saxony ist super, um in der Region Kontakte zu treffen, Netzwerke zu schließen und sein Wissen auszutauschen, um sich über neue Technologien zu informieren. Also wirklich beachtlich, was die York leistet mit den York Saxony-Day hier in Dresden, York Saxony-Camp in Leipzig und den ganzen Meetups. Das regnet es entscheidend dazu bei, Sachsen als Java-Schmiede zu stärken. Also ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder hier sein. Jetzt, jetzt nicht mehr in den Arbeitsschern 부분, Schmiede zu lassen. Vielen Dank.